Hallo, hallo, hallochen, moin, moin und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Es gibt auch noch zusätzlich zu dem Pack, was wir uns in F10 kaufen können, einen Geschenk-Code von Alienware. Drinnen enthalten einmal die Schattenwache. Und was uns an der Stelle viel mehr interessiert, ein weiterer Level 60 Charakter-Voucher. Zusätzlich einen Charakterplatz gibt es natürlich auch. Allerdings, wenn wir 13 an der Stelle haben, können wir keinen 15. öffnen. Das gibt es aktuell noch nicht. Und über 7.000 Schlüssel sind zum jetzigen Zeitpunkt noch verfügbar. Den Link dazu seht ihr aber hier oben. Packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Es sei dazu gesagt, sehr wahrscheinlich wird er euch auf die deutsche Seite mit einem DE4Alienware schicken. Packt das DE weg, macht EU wieder rein. Und es gibt wieder Schlüssel verfügbar auf der deutschen Seite. Die sind ausgeschlossen, deswegen lediglich über die EU-Seite, über die englischsprachige Seite. Also wenn ihr dann hier seid, ganz einfach, Account kreieren. Oder wenn ihr von früheren Gewinnspielen und Seriencodes einen Alienware-Account besitzt, einfach einloggen. Hier auf Get Key drücken. Dann bekommt ihr einen Key hier oben als Pop-Up angezeigt, hier rechts in der Ecke. Dann meldet ihr euch auf Planesoul.de an. Geht zu meinem Account. Einen Code anwenden. Fügt den Code hier ein. Aktiviert ihn. Und bekommt es sofort ins Spiel geschickt. Dafür müsst ihr nicht mehr offline gehen. Eine wunderbare Geste seitens Alienware. Wie gesagt, das ist der Link. Über 7000 Schlüssel zum jetzigen Zeitpunkt gilt nur für NA und EU. Von daher, wenn ihr jetzt euch doch entscheidet zurückzukommen, greift zu. Und viel Spaß dabei. Das war es mit diesem Video. Wir sehen uns gleich noch bei den Triketter-Tafeln. Bei Fragen, Wünschen und auch Anregungen, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Bei Fragen, Wünschen und Anregungen, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare.